Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir gucken mal hier weiter. Bei uns ist ja das letzte Mal hier das Haus ein wenig in die Luft gesprengt worden von diesem ja, ach so lieben Creeper. Okay, wir haben hier eine Mauer schon mal gezogen. Wir müssen aber hier noch was anderes bauen. So geht das nicht. Warte mal, jetzt müssen wir mal eben kicken. Wie war das jetzt noch mal mit dem Dings? Mit dem... Nee. Warte mal. Wie war das damit noch mal? War das hier so? Ja, da brauchen wir eins von. Schwupp. Schwupp, schwupp. Ach so, da müssen wir ja, warte mal, mal eben, warte, warte, warte. Mal eben brrrt. Neue Mauern machen. Neue Mauern braucht das Land. Schwupp, 60 Stück. Da müssten wir eigentlich mit hinkommen. Dann gucken wir jetzt mal eben, ob wir hier vorne noch ein bisschen was zumachen können. Ey, das ist cool. Das ist mal richtig cool. Warte mal, das sieht auch richtig gut aus. So, zack. Cool. Schwupp. Ja, schick. So, dann können da schon mal keine Kripper mehr rein. Dann sind wir hier auf jeden Fall geschützt. Das müssen wir auf der anderen Seite hinterher auch noch ein bisschen machen. Jetzt machen wir aber erstmal hier die Mauer noch schnell fertig, so ein bisschen. Wir bauen nämlich hier die Riesenmauer hin. So. Warte mal. Wir müssen eben das Schild ausbauen. Das nervt nämlich. Ja, jetzt bauen wir hier weiter. So. Tuck, tuck, tuck. Tuck, tuck, tuck. So, das dürfte ein bisschen eng werden, glaube ich, mit den Blöcken. Mit den Blöcken. Aber das kriegen wir hin. Tut mir leid, Blume. Du musst leider weichen. Äh, falsch. Okay. Tuck, 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 tuck. Ja. So. Jetzt sag nicht, dass das schon wieder dunkel wird. Das wäre jetzt wirklich sehr unlustig, aber okay. Klappe da unten. Okay. Wir haben, wir nehmen, oh, wir haben eine Blume. Ich pflanze dich hier hin. Ne, warte, wir nehmen dich mit. Du, 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 du. Du kriegst einen Sonderplatz. Und zwar hier. Zack. So, haben wir hier schon mal Mauer, 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 Mauer. So, hier haben wir einen Zacker. Das müssen wir dann irgendwie hier auch noch hinkriegen. Ich glaube, wir müssen hier den Baum ein bisschen stucken. So, warte. So. Dum, 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 dum. Dum, 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 was, wir haben nur Erde, ne? Aber nicht mehr viel. Okay. Das sieht gar nicht so übel aus. Wir brauchen aber noch mehr Mauern. Dum, dum, dum. Ist ja nicht noch was im Ofen. Oh, Essen. Lecker. Ne, da ist. Ja, Gold brauchen wir nicht. Wir brauchen Mauern. Mauer braucht das Land. 60 Stück. Und dann brauchen wir noch mal ein Tor vielleicht. Oder, ne. Ne, wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Erde, ne? Aber Erde haben wir, glaube ich, keine mehr. Ne. Ne. Wir haben wieder alles an Erde verknallt, was nur machbar ist. Da ist nichts. Ne, ist nichts da. Ja, das ist toll. Das ist ganz toll. Okay, das hilft uns im Moment auch nicht. Es wird dunkel. Das heißt, wir müssen... Eigentlich mal gucken, was für eine Runde schlafen. Aber das wird wahrscheinlich funktionieren. Doch. Oh, geil, 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 geil. So, wir können schlafen und dann geht's weiter. Wo ist denn der Ausgang? Hallo? Hallo? So, es hört zu. Cool. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob hier irgendwo was ist, was uns angreift. Sieht nicht danach aus. So. Okay. So, dann machen wir das hier so. Gut, dann können Sie die Treppe noch rauf, aber das ist ja nicht mal vollkommen wurscht. Gut, wir machen das auf jeden Fall hier sicher. Und sicher ist sicher. Verlasst euch drauf, so. Ja, das machen wir jetzt. So, dann bauen wir jetzt hier richtig schön ein. So, warte. Und dann ziehen wir hier auch noch eine Mauer. So. Da haben wir nur noch fünf Stück. Okay. Wir werden das hier auf jeden Fall, so, warte mal. Warte, wir werden jetzt erstmal den Baum fällen. So. Das Holz nehmen wir uns mit. So, blub. Okay, das macht man ja nicht eigentlich mit der Axt, aber okay. Ich mach das heute mal. So, dann haben wir das nämlich auch. Da müsste man nur mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was machen. Und mal ein paar Karotten essen. So, leckerchen. So, die Sonne geht auf. Wunderschön. Die Bäume werden hier langsam zusammenfauen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Wir brauchen ein bisschen Erde. Wir holen uns jetzt erstmal hier ein bisschen Erde. Irgendwo hier. So, hier unten können wir ein bisschen wegknallen. So, tschak, 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 tschak. Das fällt nicht so auf. So. Äh, warte. Oh, schön hier. Das ist aber schön hier, ne? Oh, da haben wir Loch gemacht. Loch ist nicht schön. Ne, komm. Also, wenn schon, dann machen wir es ja anständig, ne? Aber Löcher machen wir nicht. So, jetzt wieder hoch. Wum, 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 wum. So. Dann werden wir das hier so machen. Seht ihr? So. Und wenn wir dann hierher kommen, dann können wir nämlich hier auch noch irgendwie was machen. Dass hier auf jeden Fall die Kollegen auch nicht unbedingt reinkommen. So, wie hier. Schwupp. So, da müssen wir mal schauen. Wir müssen das auch hier noch ein bisschen absichern. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ein paar Setzlinge. So. So, warte mal. So, plupp. 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 Und Plupp. So, jetzt ist alles weg. Okay, wir haben freie Sicht. Da müssen wir uns hier nur noch richtig schön einkerkern. Hihi. Und wir brauchen Fackeln. Und wir brauchen Fackeln. Okay, müssen wir mal ein paar Fackeln machen. Dann können die Kollegen nur noch hier rein. Aber das ist ja okay. Da können sie ja ruhig kommen. Kommt von der Seite nichts mehr. Der Baum hat ein bunter unten. Hier drunter ist auf jeden Fall von der Leute in der Höhle. Was sehr komisch ist, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Wir sterben hier. Ne, wir sterben doch nicht. Oh nein. Nein, 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 nein. Wir müssen ganz schnell runter. Will raus hier. Ach, kacke. Wir sind wieder mal gestorben. Weil wir wieder ein Blödsinn machen mussten. Und wir haben hier richtig Blödsinn gemacht. Alter, schön. Wir haben hier alles in die Luft gesprengt. So. Hihihi. Scheiße. Was ist denn hier los? Warum komme ich hier nicht hoch? So, wir haben es auf jeden Fall hier richtig weggesprengt. Und wir haben keinen Platz mehr. Warte, wir müssen eben gucken. Anziehen. 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 Wo ist unser Brustpanzer? Wo ist der Brustpanzer? Ach, deine Ecke. Okay, Jungs. Alter Schwede. Das war ganz schön knapp. Würde ich mal so behaupten. So, dann müssen wir hier erstmal wieder alles zubauen. Und jetzt gucken wir erstmal. Und jetzt gucken wir erstmal. Ich kann den Rauschen. Ich kann den Rauschen. Und jetzt gucken wir mal noch mal.